Hallo! Hallo! Ich steck Loch immer im Loch. Hallo! Ich seh dich. Wie bist du da reingefallen? Ja, ich hab gedacht, oh das ist Eisen, spring mal rein. Aber ich hab keine Spitzhacke. Hey, warte. Nein, er ist wie immer reingefallen. Wenn ein Loch siehst, dann geht rein. Ja genau, jetzt genau. Hab ich die runtergeschmissen, die ist runtergefallen jetzt. Was hast du da runtergeschmissen? Deine Spitzhacke. Okay, dann geh ich sogar farben, Leute. Dann kannst du... Gut, das hat sich gelohnt, einheißen. Wow! Ich geh noch tiefer rein. Vielleicht sterbe ich. Es ist immer gut tiefer rein zu gehen. Okay, ich hab... Wo ist die, wo ist die, wo ist die, wo ist das? Wow! Was ist? Das ist mega... Das ist eine Pyrameter! Das ist eine Pyrameter! Das ist ein Schuss. Echt? Ja! Lot. Warte, ich muss mich aufnehmen, die Maschine. Ja. Ich bin gleich dein Name. Was? Was? Ja. Was? Was? Du hast ja nicht diesen Shirt TNT-Fall aktiviert, ne? Ja, ich bin eh nicht dumm. Ich tu mal schon... Anbauen. Bist du schon aus der Hölle raus? Nein, noch nicht. Hab die einmal. Kannst du noch ein paar Spitzhacken mitnehmen? Du kannst sie benutzen, finden einmal. Äh... Ich bin so dumm. Okay, wir haben... Ich komm da mal rein. Nein, nicht! Ich will doch noch reinkommen. Das sind nicht mal die richtige Pyramide, die da aussieht. Was? Das ist eine Ruine. Wo bist du? Bei der Pyramide. Ich kann schon anders. Ich kann schon anders. Welche Farbe bist du? Äh... Warte. Hm... Ich bin der, der alleine in der Wüste herumsteht. Du bist am Arsch der Welt, oder? Gar nicht, warum? Bin nur ein paar Meter gelaufen. Genau! Wenn ich auf die Karte guck... Was? Hm... Nicht sagen. Ellen was los! Was? So, da unten wäre eine TNT-Falle. Ich muss ein Nougatschnitten, oder? Merlin. Scheiß auf Weizen, Alter. Ich hab jetzt das Eisen weggeschmissen. Soll ich die Farm draußen... Soll ich die Farm draußen machen, oder drinnen? Mach doch ne... Was? Mach doch ne... Äh... Was? Ja, eh. Aber eine Weizenfarm. Um? Drinnen im Berg, oder draußen? Weizenfarm drehen, aber Kuhfarm draußen. Okay. Mach die Kuhfarm einfach so wie ein... Ungerechtes Tierhalter. Einfach ein Loch in den Boden. Vier Block. Schlammkäfig! Genau. Das müsstest du bei den Höhner machen. Das müsstest du bei den Höhner machen. Bei den Kühen klappt das auch. Der gute alte Schlammkäfig. Echt? Ja. Du kennst ihn. Bist du schon da? Nein. Sicher bist du da? So warte. Mach jetzt kein Fehler. Ja. Kann man da runter? Ich glaub noch nicht. Bau. Bau. Okay, fertig. Diamanten. Nimm alles. Ich guck. Oh, Diamanten. 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 Okay, alles Diamanten. Wie kommen wir wieder rauf? Fuck. Ich hab Holzmilch. Gold. noch ein Diamant. Da ist die Diamant-Ding. Äh. Ferderrüstung. Wir brauchen wir nur noch einen Sattel. Ich hab Eisen und Ferderrüstung. Und da ist Diamantrüstung. Äpfel will ohne Ende. Ich hab 14 Äpfel. Wie hast du? Ich hab gar keinen. Warum nehme ich nicht das Fleischmäß? Das ist so wichtig. Ist doch wichtig. Ich brauche mich auch. Tschüss. Ja, ich auch. Ah, okay. Ciao. Äh. Fuck, ich kann nicht mehr hoch. Ah. Mal bumpen. Soll ich die Diamanten testen? Nein. Nimm die TNT mit. Hat jemand von euch Zuckerrohr eingesammelt? Ja, stimmt. Ich kann erzählen. Ja, gut, dass ich die runtergeschubst hab. Okay, hast du das Lager, oder? Junge, wie soll ich jetzt runterkomme? Ich hab nix mehr. Ja. Klettern. Ich klapp mich jetzt runter. Dann hab ich nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr jetzt. Juhu, ich hab auch. Hier hast du das da. Ich hab meine Sachen. Und das da. Hier. Ich hab nix. Los, tschüss. Du Pisskopf, Alter. Ja, bau dich hoch. Du. Ich hab Timer vergessen einzustellen. Das ist Karma. Karma. Jetzt ist es gut oder schlecht für uns. Schlecht für mich, gut für dich. Wo ist der Ausgang? Scheiß doch. Komm wieder raus. Ja eben. Ja. Nein, wir sind ja vor oben gekommen. Wir verbrochen unser ganzes Holz. Ich nicht. Du vielleicht. Wecken. Ich komme auch zu dir am Korn. Ey wir hatten Sackle. Ich hab jetzt erst gesehen, dass wir ein Sattel haben. die ganze Zeit haben wir gerade diesen Samen auf da sind ich sicher dem Wasser nicht wenn ich runterspringe ich habe so viel Äpfel in der Hose ein Diamanten und alles was ich hab was das ist eine Juweli in der Hose okay das drei Diamanten so liegt der Eisen herum Prozent ich brauche kurz ein und zwei Stück wie ein Mal ein oben sind die welche die Kiste in der Kiste in der Gästekiste in der Kiste Kiste Fickkiste Fotzen Kiste in die Pädophilen Kiste ich freue mich schon auf die zukünftige Leistung da lagern wir unsere kommst du her unsere Leder Sachen reden ach so und da äh ich habe noch hier gerne weg wir haben aber zu kurz was ist erstmal kurz unter dir hingegangen eigentlich hinter dir gehen wir uns in den Tenyen ja noch nicht bemerkt oder so ne ja weil ich ganz unten in der Mine war anfang okay ich habe zwei Wasser okay ich dachte ich kann jetzt schon die Eisenbrotpanzer ich mache jetzt die Weizenfarm halt links rechts wollen wir vielleicht nicht mal unsere Diamanten so da reinlegen nein hier sind die Diamanten wir bei der Einzelkiste das sind die wichtigen Sachen da kommt Eisen, Kohle und Ding hin Eisen, Kohle und Gold oder what the fuck wir haben schon zwei Stacks Kohle ja habe ich alles gesammelt ich und Anton ja willst du dein Lob oder was ja eigentlich schon ja ja wir sind noch nicht mal einmal schlafen gegangen und warum fliegt dort eine kleine Insel ja ja schon über uns ist eine kleine fliegende Insel ja ja weiß ich ja ja das unsere Liebe ist ja jetzt kommt jemand da ja können wir schlafen dass wir spawnen haben jeder ja ja bitte ich nehme bei der Wand also ihr musst wissen welche Bettina sonst äh tötet ihr den anderen spawn ich nehme hier bei der Wand ich nehme einfach gleich neben Bato ja habt ihr nur drei Betten oder vier haben wir schon vier ich bin der Letzte wo seid ihr alle ja beim Haus naja komm schlafen alles Gute ich sehe das voll ja könnte ihr bitte schlafen könnte ich mal schlafen gehen ok nehm du da in der Mitte ich bin schlafen schläft dir mal bitte schlafen dass das sonne mit steinschwert jeder unser sport los geht's ich brauche essen hat die fresse da draußen okay ich halte die fresse meine hunde rasten wieder aus wie viele hunde hast du zu viel ach so zwei zu viel das ist zu viel dummheit einfach in diesem haus die hunde zähle ich dazu oder nicht ich bin im canyon mal ich erkunde mal die gegend teleportiert sich wer wird einer sterben wie auf jeden fall ich habe mich angeguckt und ich habe mir angeguckt dieses maria und ich frage mich noch immer was sie macht ich ich habe ihn getötet ich habe aufgenommen ich habe ihn getötet ich habe ihn getötet ich habe einen grasblock legendäres blick aufgenommen ich habe ihn getötet ich habe grasblock schau ich habe grasblock anton grasblock wir können jetzt selber gras machen wir können jetzt selber gras machen das ist eine mine wir können jetzt selber gras machen eine mine wo bist du im canyon was machen wir jetzt soll ich eine manuelle hey leute soll ich eine manuelle keine automatische manuelle ok eine manuelle wo ist eins hier 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 canyon da hat eine mine ja super der hoffen bleibt hier okay ich hab mich besonderes das ist nicht besonderes dieses maria zwei löfer tschüss schöner höfer schöner höfer schöne höfer schöner höfer anton hä scho jo achso achso eee jag ja passt du hast aber this ausgebeine b치� so rinavka Ich musste zählen, Blöcke zählen. Soll ich dir helfen, Anton, was? So fünf Jahre später. Ich habe einen Piraten zu mir geschwimmen gesehen. Du musst es jetzt gerade gleich vor mir sein. Ah, hier, hier. Ja, passt. Und jetzt ab da holen wir aus. Oh, das ist da haben wir ihn kalt. Oh Gott. Eine halbe Todesfalle hier. Das ist wirklich eine lächerliche Mine. Ja, sag ich doch. Ihr habt Spaß. Okay, okay, okay. Also, das ist dieser Dings, diese Pyramide, die ihr gefunden habt. Guck mal nach, vielleicht ist das nicht unser Ding. Hilfe! Hilfe! Nein, ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe irgendwie nicht mehr. Ich bin so tot! Kim Konto steigt! Iklas, hilf mir! Kim Konto steigt! Iklas. Im Moment gibt's überwacht! Oh, ich habe es überleben! Leider! Du hast es leider überlebt. Hier! Die Zirada wird mir eingestüßt. Was ist denn Comment? Was Kam, siehst du? Ist das eine Mine hier? Nein! ich bin weg ich hasse sand ich hasse sandfilmer hast du mal terrarien gespürt da bist du überrand vom sandungstirbst ähm oder starbauen ja das ist auch ein geiles spiel aber leider nicht noch viel ja und das sand ist extrem gut zu müssen das kann man so schnell abbauen also ja was finde ich hier was ist das was ein leben die mine das soll ich mal lieber nicht da wären sonst will ich komplette verrichten ich habe eine hölle gefunden die nicht besonders ist könnt ihr wenn ihr zu kommt holz mitnehmen der polz ich hab noch mal da wird die pyramide die ihr gefunden habt wir haben eine zone halb zerstört ist ja nur einen Turm ok aber guck mal nach wenn da holz drin ist dann ist es unsere ja und creeper oh mein gott die creeper waren nicht da das ist doch behindert nein 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 ok Anton wir müssen den boden auch ausspauen oder? nicht zu reißen äh ja aber das schaum ok das machen wir in der nächsten folge aber bis zum nächsten mal und tschüss und arrivederci bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal